Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zu einer Runde Resonant Rise. So, wir spielen weiter mit einem neuen Rechner. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in 60 Frames jetzt aufnehmen. Gehe ich mal stark von aus und schauen wir mal, wie es denn so wird. Ich bin mal gespannt. Ich habe Minecraft jetzt noch nicht mit dem neuen Rechner aufgenommen. Und warum ist das hier so laut? Frag ich mich gerade. Keine Ahnung, ist aber auf jeden Fall extrem laut gerade. Schauen wir mal, wir sind hier noch am Arbeiten. Unser Brine, zweiten Brine Tower, hatten wir gebaut als letztes, das weiß ich noch. Und heute, was machen wir denn heute? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Den zweiten Brine Tower hatten wir in der letzten Folge gebaut. Hier in Issa. Die produzieren natürlich jetzt gerade nichts, weil es dunkel ist. Ist ja klar. So. Wege mal pennen, würde ich sagen. Einfach mal. Inva Essence, Iron Shards, Inva Seeds. Haben wir die? Ne, hoch gebaut habe ich die jetzt noch nicht, aber... Ne, da sind sie. Das werde ich, muss ich auch noch machen. So mal nebenbei. Die Inva Seeds, Elektrum Seeds und so weiter. Da muss ich auch noch hoch bauen. Ähm, kleiner Tipp, wenn ihr... Ähm, auf dem Spiel, im Spiel, auf den Server geht oder sowas, misst ihr immer hier... Oder bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich muss hier dann einmal umstellen. Ich stelle dann einmal einfach hier um und mache wieder zurück. Auf Comet unten drücken, damit die Steuerung wieder funktioniert. Denn bei mir war der gerade die ganze Zeit an. Ich habe ein Skelett gerade gehört. Da. Tag. Warum ist das Spiel so laut? Ich verstehe es nicht. Oder kommen wir nur so laut vor? Komisch. Das finde ich extrem laut gerade. Obwohl er auf 10% steht. Aber gut. Vielleicht liegt das auch an meiner... Einstellung mit dem... Ähm, Headset. Oder Kopfhörer. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ähm... Ich würde gerne das Deep Dark bauen. Denn... Ich brauche das Deep Dark, um Blitz zu finden. Ja, habe ich mir nämlich so überlegt. Verdammt, wir brauchen Unstable Ingets dafür. Das ist frech. Ach, die Config für die Deep Storage Unions muss ich auch noch umstellen. Verdammt, das heißt, wir müssen erst den Wizard killen. Wir haben nicht einen Wizard Kopf. Super. Ich bin begeistert. Hm. Wir haben nicht einen Wizard Kopf. Das Siegel haben wir glaube ich auch nicht, ne? Verdammt. Denn Blitze sonst finden ist schwierig. Im Deep Dark tauchen die... äh, gibt's die zwischendurch. Können die spawnen. Ähm... Aber hier ist es halt... Aber hier ist es halt... In der realen Welt, in der Oberworld ist es halt schwierig, die zu finden. Das ist schon ein... Ein Akt. Das heißt, wir müssen eigentlich Wizard fahren. Das heißt, ich müsste hier eigentlich Beheading drauf kloppen. 20% Chance. Das ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Ähm... ähm... Nein. Verdammt. Ich weiß es nicht. Hab ich die hier drin? Äh... Eigentlich heißen die mir Tügel und Jugu. Mist. Da sind sie. Kann man die bauen? Ich weiß nicht, ob das erste oder der zweite ist. Ach, die kann man bauen. Das ist ja einfach. Ähm... Ein Pattern und Papier. Das ist ja relativ easy. Zu bauen. Haben wir noch Pattern? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Bauen wir das mal. Zweimal. Zweimal. Und aus einem machen wir das zweite. Und dann gucken wir mal. Irgendwo war da mit dem Beheading drin. Welche Modifier... Da, Modifier. Alles klar. Lightning to Tinker. Ich sag ja, das ist extrem laut, hab ich das Gefühl. Da muss ich auf jeden Fall nachher die... muss ich in die Aufnahme reingucken. Wenn das wirklich zu laut ist. Slime Crystal. Was macht das Slime Crystal? Slime. Toll. Haha. Super. Macht es stronger. Ah ja. Ähm... Ardines. Mandolin. Speed. Auto Repair. Auto Smell. Ball of Moss. Das ist klar. Luck. Sharpness. Fiery. Necrotic. Silky. Reinforced. Knockback. Beheading. Eine Enderperle und eine Obsidian. Alles klar. Eine Enderperle und eine Obsidian. Dann nehmen wir uns doch mal eine Enderperle. Und eine Obsidian. Und dann haben wir das mal auf das Schwert drauf. Warum? Weil wir es können. So. Da haben wir 30% Chance jetzt. Eigentlich müsste ich noch ein Lack da drauf kloppen. Egal. Die 30% sollen jetzt erst mal genügen. Wir gehen mal in den Nether. Schauen. Ähm... Ja. Ich glaube eine Festung hatte ich schon gefunden. Mal gucken. Aber wie gesagt. Da muss ich halt in die Aufnahme mal gucken. Wenn der Sound wirklich zu laut ist. Dann muss ich da echt mal schauen, dass ich irgendwas einstellen kann. So. Ich hatte doch glaube ich... Habe ich eine Festung gefunden gehabt. Ich glaube sogar eher nicht. Ich glaube sogar eher nicht. Jedenfalls sieht es nicht danach aus. Aber da vorne ist eine. Deswegen drauf geschissen. Davon ist ja eine. So. Komm Spinni. Hopp. Jensex Gas Spider. Und sterben. Und sterben. Sagt ihr sterben? Danke. Ah zwei Köpfe schon mal. Immerhin. Und sterben. Oh nein. so schauen wir mal war hier schon mal drin ich glaube ja sowieso skelette müssen wir suchen natürlich leider zuerst mal welche finden oder die müssen erstmal spawnen da ist eins muss jetzt natürlich nur erstmal hinkommen hinten irgendwo da hinten in der anderen das heißt ich muss hier irgendwie das in dieser warzen kann ich auch mal ein paar mitnehmen ich weiß gar nicht schon welche ich weiß es gerade gar nicht egal immer mit wir haben eine platz also darauf geschissen so vielleicht vielleicht brauchen wir sie ja dann noch hier hoch vielleicht und dann links hier ist der langer gang den ich da eure karte sehe da links sind dann wieder skelette gewesen irgendwo hier da ist eins wahrscheinlich aber er draußen sind die meistens ja hier kommen nicht rausgehen und da oben ist ein wilderskelett natürlich draufsteht nix war ja klar ach hier war ich schon mal klar ich habe hier blazes gefarmt stimmt da ist noch ein wilderskelett dahinten irgendwo hier da ist ein blazes gefarmt da mach ich schon mal gerne du auch äh toll mach mal Q und blazes super ich brauche aber wiser köpfe freunde wäre besser drei stück da sind da da kommt auf zwei stück geil schnauze blazes ruhe kein kopf alter das könnte jetzt natürlich wieder eklig lange dauern ne der scheiß das ist ein anderer blazes hat über die blaze ort her brauche ich zwar eigentlich auch nicht aber es egal haben haben oder nicht ach das sind schank fehler ich wollte gerade sagen was denn hier ein schunk fehler ist da ein großer da ist ein blazes gespawnt ne auch da nicht wer wird zu essen bei ahja fischi 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 schau mal wie gesagt wir müssen ein paar wir müssen auf jeden Fall drei köpfe finden dann kommen wir leider nicht drum rum bringt uns ja nix wir müssen sie ja haben was geht denn hier was ist das denn ultimisten ok alles klar auf jeden Fall ist der röser kopf dabei was haben die denn für waffen in der hand gehabt was war das denn jetzt für welche hm wow da ist kohle drin ich bin begeistert wuuu aber wir haben ein wiser kopf immerhin einer ist besser als nix weißt du was war das denn jetzt für welche alchemisten ich habe ihn noch nie gesehen das habe ich echt noch nie gesehen bei den alchemisten krasser scheiß da ist ein wiser skelett das steht aber gut na 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 ist kein kopf ne wenn hier um ein hund rum was ist das da unten ist da ein wiser skelett da ist schon wieder so ein alchemist oah ja klar die wiser in allem ich brauche ins essen alter wiser 2 sogar ich muss mal weg krass alter wir sind jetzt fast gestorben an dem alter haben wir einen bogen haben wir nicht natürlich nicht was ist das denn für einer ist ja der shit das ist ja der shit die typen Hammer der steht aber auch kacke da unten muss ich sagen dann lassen wir den mal lieber keine lust zu sterben wäre auch sehr ungünstig da ist noch so einer guck mal da unten da da auch alter was die können was die können ich will auch so eine waffe ich muss mich runterfallen lassen und den dann versuchen sie richtig zu killen sonst kriege ich ja nie einen über dem will ich mich verarschen so ja genau ist alter was ist das denn was sind wir für viecher ist ja 1 minute 30 wollte sie mich jetzt verkohlen hör mal ernsthaft mal da habe ich keinen bock darauf oh ja holte ich mir lieber die normalen irgendwo irgendwann da ist ein magma cube stirb 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 alle stirb stirb machen wir hier wie ich nach oben bis jetzt bei mir fällt mir immer noch 30 sekunden krass gut hier ist nichts alles klar ja würde ich noch um zwei visa küppel geben das wärs wenn wir irgendwann irgendwann wird einem schlecht von dem zeug hier ruhe irgendwo visa skelett vielleicht ist schwierig ohne visa skelette guck mal spawn visa skeletten doch cool und der in kopf gehabt geil so will ich halt sehen okay einen noch und dann müssen wir halt den visa killen ne weil das nicht so schwierig ist mit dem schwert und mit der mit dem fliegen ähm das ist jetzt nicht so wild ist halt immer nur nervig ja dass man den immer killen muss eigentlich ist ein bisschen nervig muss ich sagen obwohl ich den cool finde den visa aber das ist aber nervig dass man killen muss im prinzip weil man ja weil man ja teilweise wirklich muss auch da waren drei stück gerade dann habe ich gesehen irgendwo dahinten in der richtung lass mich in ruhe hier lassen wir raus hier hm oder auch nicht welche richtung war denn jetzt hier ne lassen wir das ich gehe lieber hier durch hm 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 links hier und dann links ich denke mir doch wenn auch altimisten seiner da noch natürlich alter man will sich verarschen geht doch jetzt schießt euch gegenseitig ab ihr vollgesichter wo ist der andere jetzt hingeflogen wo ist er denn hä wo ist der andere jetzt hin gekillt toll super geil wieder das hier drinnen hallo doch doch noch ein kopf junge ein noch nidro keeper könnte ja nie einer drin sein und scheiß die bäume sind so cool die da unten wachsen ich finde die so geil die dinger bitte bitte was nachher da sind köter da sind spinnen hier ist wieder alles herumtouren wie immer hier irgendwo eine imps braucht keiner die impis da hinten ist wahrscheinlich wieder so ein freggel oder wo ist denn hier so ein freggel kopf oder das ist wie seit miet euren schatz tatsächlich gut nehmen wir mit ich glaube noch ich glaube zum ding cool da ist ein ende auch blöd warum auch nicht noch eins schöne singen der währung fliegen nix auch da sind die ach da würde ich auch noch zeigen die teile glauben das glowing reed aber heiß was ist denn da los ganz schön heiß hier glowing reed und die blazing was da die ja die wollte ich auch noch zeigen die sachen sondern viel war wieder hier durch warum denn nicht aber sonst nichts zu tun da ist irgendwo einer hier ist was moment wo denn irgendwo hier oben irgendwo über mir ja schon wieder so ein scheiß alchi kartoffelkanonen du kommst auch nicht an die kackviecher ran doch penner man da liegt ein kopf ach komm ernsthaft mein gott naja die um uns jetzt aber wieder die sachen wir machen mal kurz noch das hier an damit wir uns porten können und dann holen wir uns mal kurz die klamotten wir haben drei krippe gehabt auf jeden fall das heißt nächste folge werden wir uns im wusser mal gönnen und dann werden wir uns anstehen wir müssen das das ritual dann machen da muss ich noch mal wieder nachher da ist ja auch mal die mission da muss ich noch mal nachkommen wieder noch mal ging jetzt so auf jeden fall und das kann ich nur dort hier sein oder ja sehr gut so leute direkt körper bis mir alles egal ja habe ich da brauchen wir uns mal wieder zum portal da und dann haben wir unsere drei grüße kippe das heißt wir können uns auf jeden fall die nächste nächste folge gönnen und dann schauen wir einfach mal so da sind wir wieder nach hause ja falsche richtung toll tolle wurst dann würde ich nämlich auch sagen dass wir uns dann beim nächsten mal sehen so 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 erst mal das reinpacken hier ganze gelumpe dann würde ich wieder sagen wie immer wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lassen abo da lasst kommentare an sonst würde einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer wir sind es beim nächsten mal bei einer runde resonant rise schüss schüssingen